Sie war nicht eure Mutter. Es war ihr Hof. Hat er nicht gestohlen von ihr. Sie ist tot. Dein Hof ist es. Dann hast du es also noch nicht gehört. Was? Dass dein Vater wieder geheiratet hat. Alles wird erziehen jetzt, Kind. Ja, ich. Es ist eine so interessante Frage, was ist Verlangen? Also Verlangen ist immer ein Streben nach etwas. Und wann wird Streben zu etwas Schlechten? Und wann kann Streben auch hilfreich sein? Streben kann auch Ehrgeiz sein oder eben auch Geiz oder Gier. Ein Haus muss eine Frau haben. Eine Frau muss ein Haus haben. Ja. Das ist so eine Welt, in der es eigentlich so eine ganz starke Hierarchie gibt, wo der Mann oben ist und die Frau nichts gilt. Und ich glaube, dass in dieser Version dieses Stoffes es darum geht, dass die Frauen sozusagen ihren Teil beanspruchen. Du lebst hier nur, weil ich dich lass. Was? Er braucht dich, unser Sohn! Hats mich nicht an! Wir bleiben nicht hier. Das verspreche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.